Hallo alle zusammen! Sieht so aus, als hättet ihr eine Menge Spaß. Was für ein toller Tag, um am Strand zu sein. Vorsichtig, Jerry! Es sieht so aus, als würden die Wellen größer werden. Oh nein, Jerry! Alles in Ordnung bei dir? Soll ich Tom holen? Guten Morgen, Tom! Dein Garten sieht ja wirklich toll aus. Aber wir brauchen deine Hilfe. Jerry hat Schwierigkeiten am Strand. Eine Welle hat ihn überspült und jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ja, klein Tom und klein Jerry geht's gut. Gut gemacht, klein Tom. Das muss harte Arbeit gewesen sein. Ich denke, wir sollten erstmal das Seegras loswerden, bevor wir ihn in die Werkstatt fahren, Tom. Aha! Schicker Bart, klein Jerry! Dann bringen wir Jerry mal in die Werkstatt. Kannst du deine Maschine anlassen, Jerry? Sie ist voll mit Sand! Lass uns das mal rausbringen, Tom! Kannst du deine Maschine jetzt anlassen, Jerry? Okay, schauen wir mal, was wir noch finden können. Also, das ist mal eine Überraschung. Die bringen wir mal besser ins Wasser. Kannst du deine Maschine jetzt starten, Jerry? Ach du liebe Güte, hat das Wasser Jerry rosten lassen? Die sollten passen. Gut gemacht, Tom. Jerry sieht schon viel besser aus. Kommt die Muschel zurück ins Meer? Gut gemacht. Damit solltest du nächstes Mal trocken bleiben, Jerry. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Henry. Wie geht es dir? Hilfst du Jerry dem Rennauto beim Training für das Rennen heute Nachmittag? Auf die Plätze. Fertig. Los! Oh nein! Beide Autos haben dich überholt, Henry. Kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Das hört sich nicht gut an. Fahr ein bisschen langsamer. Schau mal, da ist Tom, der Abschleppwagen. Hey Tom, was hast du gerade vor? Du fährst durch Car City, um zu schauen, ob jemand Hilfe braucht? Also, dem alten Henry geht es gerade wirklich nicht gut. Warum denn, Henry? Er hat das Gefühl, dass alle Autos in Car City schneller fahren können als er. Kannst du ihm da vielleicht helfen, Tom? Großartig. Was kannst du machen? Du willst Henry in deine Werkstatt schleppen und schauen, ob du was machen kannst, dass er sich wieder jünger fühlt? Was hältst du davon? Nein? Jetzt stell dich nicht so an, Henry. Möchtest du nicht mal wieder so schnell fahren können wie Jerry? Vielleicht schlägst du ihn ja im Rennen. Schleppen wir Henry zurück in die Werkstatt. Gut gemacht. Jetzt ist es nicht mehr weit. Hier sind wir auch schon. Was sollen wir als erstes machen? Wir schauen mal unter die Motorhaube. Gute Idee. Was denkst du? Du meinst, da ist ein Problem mit Henrys Motor? Dann sollten wir versuchen, das zu reparieren. Was sollen wir als erstes tun? Filter säubern? Okay, dann holen wir mal das Werkzeug. Was brauchen wir? Druckluft? Gute Idee. Sollen wir den Filter öffnen? Und sprühen. Schau dir all den Staub an. Großartige Arbeit, Tom. Ist Henrys Motor jetzt fertig? Nein. Was hast du denn da? Einen neuen Keilriemen? Mhm. Gute Idee. Mhm. Brauchen wir noch mehr Werkzeuge? Mhm. Ein Schraubenschlüssel. Guter Gedanke. Hat er die richtige Größe? Mhm. Wie ist es mit dem kleineren? Mhm. Perfekt. Was machen wir als erstes? Die Schrauben lösen? Mhm. Gute Idee. Vorsicht. Fantastisch. Mal schauen, ob der neue Keilriemen passt. Das ist großartig. Ach du liebe Güte. Der Husten hört sich aber nicht gut an. Kein Wunder, dass Henry mit Jerry nicht mithalten kann. Können wir ihm helfen, Tom? Mhm. Was brauchen wir? Einen neuen Auspuff? Großartige Idee. Sollen wir ihn mal ausprobieren? Fühlt sich das gut an, Henry? Großartig. Hast du dann jetzt Lust, am Rennen teilzunehmen? Mhm. Hey Jerry. Schau mal, wer da ist. Henry. Und er ist so gut wie neu. Auf die Plätze. Fertig. Los. Gut gemacht, Henry. Tschüss Tom. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Charlie. Hallo, Billy. Ihr Jungs seid ein tolles Team. Ach du liebe Güte. Wie ist das denn passiert? Wir sollen Tom den Abschleppwagen holen? Okay, Billy. Wir sind gleich zurück. Wir machen jetzt. Ich bin wir. Und dann nutzen. Oh. Tai. Jenni. Oh? Oh. Ich bin sohn. Hey Tom, Billy, die Planierraupe hat ein Problem. Kannst du kommen und ihm helfen? Du auch, Klein Tom. Hier entlang. Hier sind sie, Leute. Keine Sorge, Kumpel, Tom hat dich in Nullkommanichts repariert. Lass uns Billy zur Werkstatt bringen und schauen, wo das Problem liegt. Musik Also, Klein Tom, was meinst du, wo liegt das Problem? Sei nicht schüchtern. Billy braucht eine neue Planierschaufel? Das ist richtig. Dann schauen wir mal in die Regale. Hier ist sie ja. Heb deine Arme an, Billy. Was können wir noch für dich tun heute? Oh, ich verstehe. Du brauchst einen neuen Scheinwerfer. Musik Klein Tom, kannst du einen Ersatzscheinwerfer holen? Ja, ich verstehe. Der Scheinwerfer, den du suchen musst, sieht genau so aus. Verstanden? Der hier? Nein. Und der hier? Großartig. Gut gemacht. Musik Vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Musik Hallo, Lilly. Viel zu tun heute? Mhm. Lilly, was ist los? Oh, hast du Probleme mit deiner Rollstuhlrampe? Das muss auf der Stelle repariert werden. Aber keine Sorge, Lilly. Tom, der Abschleppwagen kann dir helfen. Warte, ich hole ihn. Tom, wach auf, du Schlafmütze. Lilly, der kleine Bus braucht deine Hilfe. Sonst kommt sie nicht rechtzeitig zur Schule, um die Kinder abzuholen. Lass sie uns reparieren. Auf geht's, Tom. Auf geht's, Tom. Gleich da vorne ist Lilly. Hey, Lilly, Tom ist hier. Er hat dich nullkommanichts repariert. Perfekt, Tom. Dann mal zurück in die Werkstatt. Da sind wir auch schon. Okay, Tom. Bereit, den kleinen Bus zu reparieren? Aha. Dann fangen wir mal an. Also, was machen wir mit der Rollstuhlrampe, Tom? Ja, lass sie uns austauschen. Oh. Du hast recht. Die sollte passen. Zeit für eine neue Rollstuhlrampe. Schau mal, ob sie funktioniert, Lilly. Was ist denn jetzt los, Lilly? Wow, die funktioniert ja super. Was ist denn jetzt los, Lilly? Tom, weißt du, was Lilly hat? Oh. Oh, ihre Batterie muss aufgeladen werden. Oh, ihre Batterie muss aufgeladen werden. Na dann, hier ist das Aufladegerät. Das dauert nur eine Minute, Lilly. Nee, keine Sorge. Nee, keine Sorge. Das tut nicht weh. Und wir sind fertig. Perfekt. Also, der Spiegel muss erneuert werden. Was hältst du von dem ganz oben auf dem Regal, Tom? Nicht gut genug? Oh, okay. Wie ist es mit dem hier? Der sieht Lillys Altem sehr ähnlich. Na dann mal ran an die Arbeit, Tom. Gute Arbeit, Tom. Lilly sieht aus wie neu. Tschüss, Lilly. Die Schulkinder warten auf dich. Wir sehen uns. Großartige Arbeit, Tom. Bis bald. Tschüss. Tschüss.